Wie lange haben wir uns nicht gesehen, Jungs? Erzählt mal. Oh, äh... Hamburg war das letzte Mal, ne? Hamburg war das letzte Mal, 21. März. Dann haben wir uns jeden Tag geschrieben per WhatsApp, wie sehr wir uns vermissen. Die Bilder geschickt. Jetzt hier, Kamerateam von mitten im Leben war auch dabei. Das große, wie das... Michael hat das mit dem Schokopudding. Ich weiß nicht, wer das kennt. Nee, ist schon gut. Ich kenne nur das mit den Spaghetti. Das finde ich super. Schokopudding war die Fortsetzung. Ach, wirklich? War das die Gleichen? Ja. Gut, das ist ein Insider. Oder kennt ihr das? Hat die Kleine auf dem Tisch und macht sich mit Spaghetti voll und so. Wie auf dem O'Sai. Also wir machen sowas nicht, falls ihr das gerade denkt. Ähm, wir spielen jetzt einen Song für euch. Ready? Ja. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Oh, I shouldn't bother. So why do I find. My cellular core.